Ja, heil und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield Bad Company. Runter! Da ist ein Scharfschütze, der den Fluss sichert. Marlo, er gehört hier. Mach's leise. Alter, das hat er nicht gehört. Ist das ein Busse? Wo bringen wir ihn hin? Keine Ahnung, aber ich hab' ne Idee, wie wir's rausfinden. Marlo, wir gehen ran. Wachen per Fernschuss ausschalten. Schieß immer dann, wenn's donnert. Warum ist mir das eigentlich nicht eingefallen? Okay. Wir sind unterwegs. Wir finden raus, wo er jetzt ist. Der Typ auf dem Pier. Warte auf den Donner, dann schalte ihn aus. Feuer nimmt bereit. Feuer nimmt bereit. Das muss ich mal finden, Alter. Feuer nimmt bereit. Feuer nimmt bereit. Aber da wirst du mich farschen. Feuer nimmt bereit. Feuer nimmt bereit. Feuer nimmt bereit. Da ist er. What a fail. Feuern, wenn sie rein. Feuern. Schauen sie aus bevor sie bei den Offizieren sind. Feuern, wenn sie rein. Das war's nicht. Wir finden raus, wo er jetzt ist. Der Typ auf dem Pier. Warte auf den Donner, dann schalte ihn aus. Superschuss. Aufrücken, Sarge. Sind unterwegs. Zwei Ziele auf dem entfernteren Pier. Entfernung 7, 2. Wind 5 Knoten. Warte auf den Donner. Guter Schuss. Alle Einheiten aufrücken. Verstanden. Ziel auf 12 Uhr. Warte auf den Donner. Feuer. Ganz genau. Gut gemacht. Noch zwei in der Nähe der Offiziere. Warte auf freie Sicht. Warte auf den Donner. Ach so. Feuern, wenn bereit. Feuern, wenn bereit. Feuern, wenn bereit. Feuern, wenn bereit. Der Wisch Freide, schnell! Scheiße. Wieso hab ich dich nicht erwischt, Alter? Fucker. Wir finden raus, wo er jetzt ist. Der Typ auf dem Pier. Warte auf den Donner. Dann schalte ihn aus. Feuer! Super Schuss. Aufrücken, Sarge. Sind unterwegs. Zwei Ziele auf dem entfernteren Pier. Entfernung sieben, zwei. Wind fünf Knoten. Warte auf den Donner. Feuern, wenn bereit. Feuern, wenn bereit. Schauen sie aus, bevor sie bei den Offizieren sind. Feuern, wenn bereit. Feuern, wenn bereit. Das einzige wird eine Noob-Mission, Alter. Das seh ich jetzt schon, Leute. Wir finden raus, wo er jetzt ist. Der Typ auf dem Pier. Warte auf den Donner. Dann schalte ihn aus. Gut. In aller Ruhe. Super Schuss. Aufrücken, Sarge. Sind unterwegs. Zwei Ziele auf dem entfernteren Pier. Entfernung sieben, zwei. Wind fünf Knoten. Warte auf den Donner. Gut. Guter Schuss. Alle Einheiten aufrücken. Verstanden. Ziel auf zwölf Uhr. Warte auf den Donner. Ganz genau. Gut gemacht. Noch zwei in der Nähe der Offiziere. Warte auf freie Sicht. Feuern. Feuern, wenn bereit. Nein, Alter. Gut, den kann man nicht bei der Grenze. Hätte ich machen. Wir finden raus, wo er jetzt ist. Der Typ auf dem Pier. Warte auf den Donner. Dann schalte ihn aus. Super Schuss. Aufrücken, Sarge. Sind unterwegs. Zwei Ziele auf dem entfernteren Pier. Entfernung sieben, zwei. Wind fünf Knoten. Warte auf den Donner. Feuern. Guter Schuss. Alle Einheiten aufrücken. Verstanden. Ziel auf zwölf Uhr. Warte auf den Donner. Feuern. Ganz genau. Gut gemacht. Noch zwei in der Nähe der Offiziere. Warte auf freie Sicht. Feuern, wenn bereit. Feuern, wenn bereit. Wow. Scheiße, ja, Marlowe. Gebiet ist sauber. Okay, Stellung halten, Jungs. Wir lauschen mal. Gut, wir haben was wir wollten. Okay, alles grün. Sammeln. Sammeln. Okay. Alles grün. Sammeln. Okay. Alles grün. Das Scharfschützengewehr. Man kann ja nicht immer ein Rasenmäher nehmen. Geil war er schon, aber... Nehmen wir einen Rasenmäher mit. Statt dir eine Waffe. Sorry Leute. Der da kann noch ein Kippenwerfen. Ja. Werde ich ja doch nicht brauchen, der Mission hoffentlich. Oh, das ist doch dunkel. Gut. Jetzt geht's voran. Wisst ihr, was ich mich frage? Wer zieht mit Cowboyhüten in den Krieg? Äh... Cowboys? Kein Cowboy war seit 100 Jahren im Krieg. Die Dallas Cowboys ziehen jeden Sonntag in den Krieg. Manchmal montags. Finden wir einfach Require, okay? So. Geh nicht darüber, Preston. Feindliche Mörser decken das Gebiet ab. Halt, Vorsicht. Stolper dran. Scheiße. Wie hast du das erkannt? Meine Spinnensinne haben Alarm geschlagen. Danke. Danke, Hex. Hey. Ich bin hier in der Vorstadt aufgewachsen, du Muttersöhnchen. Verdammt. Läuftkörperfalle. Bereithalten. Schieße! Schieße. Schieße! 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 Die Katastrophe. Die Katastrophe. Sie sind austämpft. Sie haben die Katastrophe. Sie haben die Katastrophe. Sie haben das gebanget. Sie haben die Katastrophe. Okay, die Falle sind schärft. Gute Arbeit, Marlo. Oh, das sieht man wohl nix. Oh, das sieht man wohl nix. Scheiße, hat er wohl nicht gesehen. Was haben wir da? Mann, da geht's mächtig weit runter. Okay, nur ein Stein. Alles gut. Nix passiert. Hm, die haben sich verschanzt wie ein Vornox. Da ist ein Wachturm. Da noch einer. Okay, wir heizen ihn ein. Machen wir es direkt. Wir springen in das Flussbett da drüben, nageln sie fest. Der Rest kommt von der Seite. Wisst ihr, was mich anpisst? Wir sind hier mitten in Südamerika oder wo auch immer. Wir gehören zu den Special Operations und was machen wir? Wir haben immer noch Fässer in die Luft. Was würdest du denn lieber machen? Keine Ahnung. Vielleicht Geiseln retten oder infiltrieren. Wichtige Leute und... Los, komm los! Also gut. Oh, lebt ja. Das ist eine wechliche Mission. Guck guck! Guck guck! Tickets, bam! Grave! Was ist das? Oh. 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 Oh, Alter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? 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 Ich schätze, die bringen ihn dahin. Sieht gut geschützt aus. Könnte hässlich werden. Los! Oh ja. Das könnte hässlich werden. Aber erstens... Scheiße! Feindliche Infanterie! Auf der anderen Seite! Achtung! Russische Helix! Die sollten gar nicht hier sein! Wer hat sich wohl geschenkt? Ja, das machen wir das nächste Mal, aber... Ich bin der Fanggeber, macht das gut. Bis dann! Ciao und Baba! Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020